ja willkommen mein name ist dann ihre lp und ich begrüße euch zurück zur let's play overwatch ja nach drei minuten vier minuten nachdem ich die aufnahme gestartet haben wir gefunden ich glaube ich werde jetzt immer hier so anfangen weil das ewig irgendwie ja mein spiel drin sind dann werden wir auch nicht auch drin bleiben ich habe ein übungs match gemacht während der zeit davor und davon danach habe ich das mal ausgestellt weil mir ein bisschen zu blöd war erst mal aber jetzt weil ich dann einfach so machen dass ich ja ein paar anfangen mit einem match weil das ist irgendwie sehr komisch immer die markt zehn minuten warten also nicht so klein ich habe ewig irgendwie anfängt ich beginne ein paar thema dann so mittendrin den habe ich im ding spielt im übungs match dazwischen kam und er ist eigentlich auch nicht schlechte zwingen spielen wir mal ja schon welche die warten ich habe so ein aufstellbares geschütter kann ich auch was auch immer wieder begleiten müssen da drauf wochen ach das kräftige und deshalb da wird schon ganz schön am lecken so ist ein heil dinge nicht immer wenn man denkt dann müssen wir mal genau machen müssen wir jetzt so begleiten mir bitte nicht die gegner können auch ein sonne von vier ledigt was hier sagt dann passiert ich muss vier minuten einrichten ja er hat mich erledigt ist mein geschütz leitet was hat bedroht sagt gut oder schlecht das begleitet was also nicht mal das hat man ja alles was war meine ultimate eingesetzt da kommt irgendwie mehr wir haben ja ich kriege die krise will jetzt immer es dauert so lange bis ich ins kampf geschehen drin ich habe große pläne mit dir selber einheit schon mal sehr gut dieses poten ja er davon noch jemand und dann bin ich besser im spiel meine ganze arbeit ist ansonst dass wir so charaktere die irgendwas platzieren kann wieder aber aber wir werden natürlich auch die geschichte aufgewaltig war das genau gehört aber ein karakter in rüstung geben das ist immer noch nicht bei dieser schrott bedeuten soll ich glaube dieses potenzial schrott kann ich hier rüstung platzieren oder ich habe jetzt nämlich null schrott und ich komme ein ding es nicht einsetzen es wird da geht man ich würde auch verfahren okay jeder fischer der macht immer gleiche hat er sich in bewegung an ja das ist richtig wenn er euch auch bekommen das muss los nicht schon bock wenn man weiß was man tut Unter dir, Beleger. Ah, komm. Ha! Was wird der Blitz schon die ganze Zeit machen? So. Einer oben ist da da. Drei, acht. Knapp euch die Restung. Das ist für die Gegner jetzt nicht so gut. Wir haben noch Leute, die Level 20er Leute und so. Ich war weg. Vorhin als ich habe Übungsmatch gemacht habe, kannst du mir so vor, als würde ich legen. Aber ich habe mich auch eingefroren. Das könnte mein Spiel werden. Oh, nein. Da sagte er uns verrückt. Nach direkt im nächsten Schluss. Ich komme da nur ganz zufällig vorbei und der trifft mich natürlich. und sind nie so nah. Ich dachte, wir haben eine Abkürzung geschafft. Was ist hier? deux fois? birch mal, ein Schritt jetzt! Ze thứ 7. daya ich bin wieder von vorne geht mir ich muss mal irgendwie von der seite kommen habe ich doch nicht verarschen so fliegen plattformen du bist weg aber wirklich auto deswegen auch immer dich hier wegen dieses potenzial das ist gut wenn das spiel so läuft wie ich jetzt will ausgezeichnet aus jahren wenn man noch kommt die daten ja das ist ja vom gegner war die hut jetzt geschafft dauernd mich hier was ich okay wir haben für mich gestimmt für weil sich geschützt ist keine ahnung war ich wirklich so gut weiter stundenlang match suchen müssen genau jetzt hier durchgehend spielen noch nicht der mann noch nicht man kann denn der in 23 mit kringer reichheit schrub muss mit mittler erreichen für keine folge schaden zu und steht sie zurück sie betroffene gegner zu hier eigentlich war in kurzen zeitrunken okay wenige defensive helden stimmig was das richtig mal sein soll kann ja trotzdem alle nehmen wir haben drei typen die level 20 sind also auf volle irre kann ich ziehen damit kann ich mich heilen ok da kann ich ernten alles klar ultimate war für klinger vorher schauen so schließlich so wir müssen jetzt verteidigen wir müssen dafür sorgen dass die nicht ein auto da schieben wenn er nähe sind dann kann es das ding bewegen wenn nicht so habe ich das jetzt verstanden gucken wir besser wie es ja 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 auch ok oh nom 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 ich glaube ich muss ein bisschen näher gehen oh gut, sehr gut vielleicht mal schießen kommen wir noch nicht mal raus sehr gut oh Gott dann warte ich mich ein aber so wie da ja ich bin nach dem fall das habe ich zum beispiel wieder was blaues aber ich bin auch erledigt da jetzt habe ich schon wieder so einen blauen balken unten so ein feuer weil das bedeutet das man sieht da unten unter mein der geht jetzt wieder runter was länger ich im kampf bin aber was wir haben auch zwei level 20 ist egal trotzdem hat ich sage noch nie weil wir ja du ja so soll ich dann vielleicht machen anziehen und dann mit dem trug ja ich habe ich nicht bewegen da ich habe ich meine da wird mich bewegen man hat ganz schön herz ich habe ein gewusst ich werde es mal diese feuer hat dann kann man irgendwie rennen ich bin auch zu blöd da taus ich meine nur die mit dieser soldier 76 kann hat so ein sondern dann wieder wurde ich eingefallen das ist doch nicht aber ich bin recht hoch oder auch nicht eigentlich nicht aber muss man wissen weil die reichweite ist also dieser friedlichkeit nein ich habe schon mein herz rausgeholt andere leute sammeln herzen auf um sich zu heilen ich weiß mir mein herz raus und dem namen bisschen weg oder nicht zu heilen ist noch krank wir sind am gewinn er ist gezeichnet wenn jemand noch kill die verlängerung stopp spinne immer an solange sie alle tot sind aber auch jetzt kann ich mich bewegen und wir haben weitere hingefroren wer hat anstatt eine schroffelte mittlerreich weiß aber okay man war und laune hat spiel muss ich sagen ich will das schon wieder der gleiche von vorhin ich bin im nährung von der heilung ich habe sich im visier geschlossen ich fand ich war gut das war nicht mal dieses dem ja bringen oder so ob die irgendwie was auch punkte geben und so ob nicht aber okay hat maximum level ist immer irgendwann so ein evo shooter oder irgendwie so weit spielen nach wann warum in dem ich irgendwie weiß er nicht vielleicht mal eine blutbox also bekommen wir haben wir jetzt aus dem dinge rausgehen 50 dinge kann ich auch immer ausgeben hallo mode kaiser ich zu aus die mode kaiser aus leg of legends einigen habe ich schon sachen freigeschaltet so ein lilan der währung ist das denn so echt spiel also echt geld währung oder was von klassischer sie wollen dann was auch weniger wenn an gold zwei neue dinge ausprobiert beide nicht schlecht die mann das ist ja echt spiel geld währung oder nach aus ein paar favoriten habe ich schon bis jetzt also sie ist in ordnung er ist sehr gut sie ist gut sie ist sehr gut sie auch er ist sehr gut er ist auch eigentlich sehr gut so dass er sich kann ich mir vorstellen ist auch gut eine art eine war ja schon so aus die mode kaiser habe ich irgendwie weil sie nicht verlangen und spielen zu wollen wenn dann da kann alle gegner vor dir zu wohnen mit dem du auch match gefunden sehr gut okay wenn man den als nächstes oder so torado ha ist dann bist du da gesagt mir jetzt nix ich kann eigentlich fast ist ab israel oder so ich habe ich eigentlich mit flangen gut aus wenn du mecker nein muss ich nicht die kann ich schon spielen ja mal reinhard heute so die bonzen folge so heißt so die fetten typen jetzt sind wir alle ganz schön los pro schlaf weiter im plan schon ab was steht hier noch zwei vollständige energie aufgedrückt halten also das ist zwei jahre ich bin nachher das ist das hier das ansturm der verdammt weiter geht okay noch was macht das ding energie bei 2 ist in der kampf ich bin auf jeden fall ein richtig riesengroßes ziel wir wollen nicht weiter da gibt es noch keine von folgen manchmal hallo tisch sehr gut jetzt sind da kontrollpunkt aufgetaucht um auf radar und all jener folie zu boden und schmetter ist kaputt ich habe verstanden die kommt schon sehr gut weiter dafür hat der weg immer so lang ist ein kampf zu kommen wenn sie ruhig irgendwie machen können das weil ich in entweder die respawn rate nach gestürmt eigentlich gegen die band man Au! Na ja, geht, was ist das? Also, wenn ich X suche, dann... ... wird hier... ...dings hier... ... und dann sprickt er hier die... So... Oh, Mann! Ja, komm! ...ultim exaktiert ausgezeichnet. Ja, immer schon weiß ich... ...komm ich jetzt da hoch, weil das geht nicht. Hier ist eine Tür. Ich hab auch noch gekriegt. Er hat mich noch erledigt. Er sagte, ich sehe nicht kaputt. Ich glaube, ich kann die Gegner hier alle sehen. Türen, kommt mir nicht immer in den Weg. Hi, na? Wie hab ich die verfehlt? Das wäre nicht morgen früh ganz bestimmt. Okay, na? Hi. Oh, dankeschön. Das ist Heilung, brauchst du also nicht. Hey, hier du weh. Hey, hier du weh. Mal da hoch. Oh! Hey, was willst du denn? Oh! Was? Was? Ich hab dich abgehauen. Ah, wir haben die Kontrollpunkte gerichtet. Aber was? Was ist das? Das ist? dadurch weil ich lieb diesen ansturm er so mächtig er nimmt mich einfach mal auf mit einer kräfte ist einfach totale zerstörung weil ich hier nur alles vielleicht auch so lange ich die ganz schönen davon oder ja deswegen nach amt jetzt sind wir nicht mehr so also gut aus der fracht nur zwei minuten glaube ich glaube ich glaube das sieht gut aus mann ich war zum schaden bohr vielleicht hier um ein schild rumkommen die hälfte jahr geschafft dann hat wir jetzt drei spiele ja zwei spielen ihr gewinnen und dann voll verlieren und nennen 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 ich habe den einen durch die halbe map durchgeschleudert man kommt jemand anders und schießt mich kaputt mann ja fast das werden team spiel ein hallo kommen alle auf einen ort wo wir gewinnen noch eine außer die bekommene verlängerung der bombe an mir daran und dann leck mich weil die sind dann für einen scheiß warum verlängerung und er ist auch voll Kacke. Boah, ich krieg hier gar nix bewechselt. Fein ab. Boah, immer kommt jemand von hinten und erled' ich mich ehrlich. Der ist extra da rumgegangen. Oh nein. Na, jetzt hab ich euch auch nein. So einbring. Ich mach mich auch nicht aufmerksam. Ja, getroffen. Ich wusste es, ich wusste es. Boah, ich krieg hier gar nix. Ja. Ach, Mann. Warum geht ihr alle auf dem Tempel? Was sind die Leute? Blöde, glaube ich. Soll ich mich über verteidigen oder wo auf den losgehen? Sowieso ist wie eine Verlängerung, ne? Okay. Ich hab meine Ruhe zu mir jetzt. So, sind wir jetzt gleich vorbei. Sehr gut. Uff. Ich stirbe Auto. Sehr gut. Ich will auch mal ein Highlight machen. so ein highlight gewesen okay ich danke für diese auszahlung gar nichts bekommen okay und sagen ich bin die partie und wie sie uns an der lesen auf let's play overwatch bleibt mich alles zuschauen und sagen tschüss bis zum nächsten fall jetzt gehe ich raus